Ja, ich verteile ja, wenn es nötig ist, auch mal eine Backpfeife. Aber so wie du bin ich da jetzt nicht, weil ich bin da eher anders. Ich mache mir an so einem Speckkloß, mache ich mir meine Finger nicht schmutzig, Heinz. Ganz bestimmt nicht, ja. Und ich ignoriere solche Leute. Du triffst die Menschen, und das habe ich im Internet festgestellt, die triffst du viel mehr mit Ignoranz, mit Übergehen. Die ärgern sich blau und grün, ja. Das seht ihr hier in dem Chathaus. Hier war doch auch wieder unser kleiner Zwerg den Tag. Der hat hier fünf wie ein Rohrspatz. Ja, und da war die Katharina hier auch drin. Und da hat sie ihm mal die Meinung gesagt. Da hat sie ihm nämlich gesagt, nee. Weil der gesagt hat, macht die Aufzeichnung aus. Da hat sie ihm gesagt, das sind hier keine Aufzeichnung. Und wir unterhalten uns von Stund an, hält der das Maul.